so auftragsangebot belgastield soll noch belgastield fahren nein bitte nicht in die andere richtung ich will nicht den bau den sandkasten noch acht jahr rum schleppen ich habe von hier endlich mal ich habe san francisco sehr gut wo musst du hin liefern denn franzisco blästern sand was für ein zeichen hat das weißt du tut mir leid ich kann spielzeug tiefkühlkost oder joghurt was bringt man denn am meisten spiegelzeug spielzeuger okay ich war spielzeug der hat hier gar nicht aktuell alter für mich jetzt können wir wieder zurückfahren weil ich das nämlich woanders abholen muss wo weiß ich nicht genau hab mich genau hingeguckt ein großes weh wo anubis war du schuldest mir 500 dollar fürs tanken aber wir müssen dann bestimmt wieder hier links nachher fahren also könnt ihr einfach hier warten müssen wir auch ich dreh jetzt einfach kannst du tanken wenn wir eben zur werkstatt vielleicht habe ich dann den auch ein auftrag nach san francisco das nervige bei den städten ist auch dass die werkstatt halt dann irgendwo anders ist wo die kompletten anderen firmen sind also du musst schon eine weitere schreie fahren aber dann klappt ja guck mal ich hab viele mehr aufträgen wo ist nun englisch hier holen wir mal San Francisco sehr gut einmal eh einmal mehr einmal nach San Francisco alles klar nimm doch varen mach's mach's ich parke macht mein navi denn hier mit mir ich muss noch weiter hinten abholen ich bin sicher dass wir nicht da unten auf die autobahn sitzen und nick ich muss ja nicht lang du musst ja nicht lang gut alles klar doch nicht bei diesem weh abholen keine ahnung ich einfach mal weiter ja mal die ecke wollte ich nicht weglassen so viel stau hier auf der straße es ist mein handy leer ist mein handy wauw aber meins lädt gerade es hat noch 22 prozent muss ich mir nur kurz was zu trinken holen ich habe ein typisches samsung handy was nach einem jahr genau der andere kaputt geht ich habe ein huawei ich habe auch ein samsung handy aber meiner ist erst vor drei wochen kaputt gegangen ich habe das handy jetzt seit vier jahren nicht schlecht ja wo musst du mit deinem end gehen immer schön gegen die ecke pfeffern heimkopf jetzt bin ich echt wieder zurückgefahren zum großen weh na super ich dachte ich müsste da auch werden aber ich bin dann vorbeigefahren aber hier ist noch ein großes weh es gibt zwei große wehs ich bin bei dem anderen weh ich bin bei wallbird ich bin bei wallbird ich bin bei wallbird aber ich mein wallbird ist außerhalb bist du bei wallbird in einer anderen stadt oder was ne das war von dieser stadt hier echte? 2 da bist du wahrscheinlich ein zentrallager oder etwas oder meins ich hab ein lager bist du ein einkaufslagen, oder ein lager Es ist so laut, wenn man das Spiel startet. Meins sieht so ein bisschen nach beidem aus. Ich hab nur ein Lager. Aber mich schickt er hier zurück auf die Autobahn. Ich muss erstmal jetzt zurückkommen. Jaaaa, die Kurve krieg ich. Oh, Ampel war rot. Egal. File not found. Ideo. Oh, Ampel war rot. Egal. Wo seid ihr jetzt? Ich bin gleich bei dir. Immer noch da. Das find ich nicht dumm. Haha, ich hab dein Bild grad bekommen. Boah, ich hab meinen Motor nicht ausgemacht. Bin ich dumm? Boah. Wer ist hier jetzt der Kevin? Du oder ich? Du. Also ich muss jetzt hier auf die Autobahn. Wo müsst ihr denn dann langfahren? Ich muss nicht auf die Autobahn. Mach mal mit die große Karte auf und sag mir wo du grad bist und wo du hin bist. Ich bin bei Selgood. Ja, da seh ich. Fahrt die Straße entlang zu Galen. Jaa. Dann links ab über die Landstraße. Nach Plästernsans. San Francisco. Die Landstraße? Wo ist denn hier Plästernsans? Achso. Ähm. Auf der 152 auf die 1. Dann treffen wir uns bei Galen. Alles klar. Jaa. Du mir schnell was im Snack. Bist du jetzt einfach losgefahren? Ne, du stehst doch noch. Wer ich? Jaa. Ich roll grad los. Ah, jetzt geh ich dich wieder. Nein. Autobahn, Autobahn. Aha. Wobei ein ETS und ATS heißt es ja jetzt LKW-Bar. Highway. Nein, LKW-Bar. Haha. Aber ich glaube, dass es in dem Spiel möglich ist, dass vielleicht die Admins bald wirklich mit so nem Polizeiwagen rumfahren. Jaa. Gut möglich sein. Glaub ich auch. Sich so nem Polizeiwagen sparen und dann damit durch die Gegend büßen. Wollten die ja schon nen ETS-Wacher. Ja, aber da gibt's ja keine Polizeiwagen, das wahrscheinlich deswegen auch nicht funktioniert. Ja. Was ist hier los? Warum gehen wir nen ETS-Wacher? Ich frag mich ja wo hier auf der Karte, wo der Punkt ist, wo die ganzen Leute sind. Durch Angelus oder durch die großen Städte in Las Vegas. Dann steht da bitte nicht bei, keine Ahnung, irgendeiner Firma, wo bestimmt immer die nächsten Tage die ganzen Trailer sein werden. Ja. Ah, zum Glück bin ich bis Dienstag nicht da. Ist jetzt doch zu deinem... Ich sag mal, was ist denn da? Ich fahrts immer nen Kurs an, ja. Morgen, früh. Ist Dienstagabend. Ich hab ne PC nicht. Nee, tut mir leid. Mach's wie Pascal. Ich schlapp nicht mein PC mit, tut mir leid. Äh, Marvin, weißt du, wo wir uns treffen, oder? Gellin, ja. Gradaus, immer gradaus. Ich bin links von euch. Ja, ich... Anu bist irgendwo hinter mir. Haben verloren. Ah, da kommt ihm lang gesaust. Das könnte ja Anu sein. Ja. Anu bist du, musst du abgeben. Warte, Moment. Ich hab ihn auf 6. Bei... Eddies. Warte mal, muss ich abgeben? Ich muss bei... Port of SF. Das ist in der Nähe von... Marvin. Aber Marvin, du musst vorfahren, weil mein Navi schenk mich immer woanders lang. Wesser du bist denn jetzt hin. Noch weit hinten. Kenn ich irgendwoher. Dieses Mal liegt's nicht am Spiel, sondern am Truck. Ja, niemal liegt's nicht am Spiel, sondern am Truck. Genau. Ich halt immer noch den nahmsten Motor drin habe. Aber wie ist das jetzt eigentlich, dass man... Wie lange du hast... Keine Ahnung, was erzähl ich. Jahrelang mit dem PC gespielt wahrscheinlich. Mhm. Und jetzt auf einmal so ein Truck Simulator, dann auch ATS, neues Spiel, neue PC, flüssig. Wie ist das Gefühl so? Unbeschreiblich gut. Spielst du denn auf hohen Einstellungen, oder? Ich spiel auf Maximaleinstellungen, oder? Sehr gut. In der Innenansicht habe ich so viel, wie bei ETS mit alten PC an der Außenansicht. Ich fang jetzt schon an zu sparen für die... Ich hab jetzt auch Außenansicht an PC, SPS. Was ist denn das für eine Straße? Ich fang jetzt schon an zu sparen für die ganzen Leute und so und so. Ach du Scheiße. Ja, 2000 Spieler, ich freu mich schon. Echt so für die... Nix von Vorrangern. Und dann mit 110 hin durch. Ja. Was ist das denn? Hahahaha. Da kommt was? Da kommt was? Alle mal schnell speichern. Hab ich nicht aktiviert. Da kommt jemand. Ernsthaft? Ja. Wer kommt auf die Idee und entwickelt so eine Straße, Mann? Ja. Wieso? Macht doch Spaß. Das stimmt. Das ist eine Raststätte. Pumpnail. Alles klar. Pumpnail, mitten im Wald. Ja, warum nicht? Na, Raststätte. Das machen. Krach. Also die Trailer sind noch nicht synchronisiert. Die Reifen verschwinden, wenn man weiter weg ist und die drehen sich auch nicht. Ich frag mich, warum gibt's hier die Betonleitplanken? Damit du nicht den Berg hochfährst. Was? Ja, damit der Gewölf vom Berg nicht auf die Straße rollt. Das ist ein Argument. Aber auf der falschen Seite. Und das ist mein großer Rastplatz. Klar. Jetzt passen wir hier zu dritt drauf. Ja, ich stell mich so ein bisschen neben dich und dann an du bist so hinter dich wieder. Oh Gott, und ich bin mal einen Moment lang anher? Ja. Ach, das passt schon hinter mir. Da kommt da eben noch einer von vorne. Oh nein. Oh, so gut, dass wir gerade am Rastplatz stehen. Gucken, ob ich vielleicht meine Kamera hinter der Sheld machen kann. Reset Area. Oh, hier gibt's Wifi, cool. Oh, Wifi, da. Wifi, Wifi gibt's hier. Wifi. Duschen gibt's. Ja, genau. Wo gibt's denn hier mit den Duschen? Das ist ein Zeichen für Toilette. Sogar für Behinderte. Für Toilette und für Duschen. Sogar für Behinderte, Mann. Ja, auch für Mali. Okay, der war fies. Oh. Weiter geht's. Hat er nicht gesagt. Ich freu mich schon, da gibt's viele Videos auf deinem Kanal zu machen. Ja. Noch nicht so viele aktuell, aber... Diese Straße. Wenn ich den Verlauf dahinten sehe. Zum Glück gibt's ja unsichtbare Wände an den Seiten. Echt? Ja, die sind überall in den ETS auch. Ähm, sieht nicht so aus, Nick. Ja, nicht direkt, aber... 1-2 Meter schon. Aber runterfahren kann ich trotzdem. Ja, du bist schon nicht mehr. Ich kämpfe gerade mit meinem Gamepad. Das will nicht so, wie ich das will. Fährst du überhaupt? Ja, noch fahre ich. Okay. Dann fahren wir mal langsamer. Internetseite. Ey, Handyschreiben und hier jetzt fahren ist nicht gut. Unmöglich. Wobei, mach weiter, mach weiter. Ich mach's dir ja gerade. Ich hab dich genau auf dem Bild. Mach weiter. Ey, da ist nicht so ein U-Turn, oder? Was? Ach, ich muss glaube ich jetzt mal bremsen. Ich glaube, hier komme ich nicht mit 40 Meilen. Ach, schade. Das hab ich noch gecheckt. Überkehr ist ganz schön scheiße. Mhm. Ich freu mich schon drauf. Hier so ein Corso, der mit 20 Mann entgegenkommt. Hä? Boah. Puh. Bremsen, bremsen. Stoppschild. Wadend. Brems, bremsen. Was ist das denn für eine Corso? Komm ich da mit meinem langen Anhänger rum? Ja, kommst du. Ja. Der blinkt nicht. Der fährt gegen den Zaun. Ich bin der beste LKB-Fahrer. Ja. Müssen wir auf Vanugis warten. Müssen wir doch eh gleich hier abgeben, oder nicht? Ich muss noch. 50 Mann fahren. Ja. 41, lügt nicht. Ruhe. 48. Ich sehe es, 47. Dann könnten wir an der nächsten Tankstelle mal irgendwie anhalten. Gegenverkehr, ja. Komm ich ziehe mal rüber. Ey, der ist mir vorhin schon entgegengekommen. Das ist die Küstenstraße aus dem Trailer. Ja. Der hätte ganz schön spät zurückgehobt. Ich hätte mich da oben auch so ganz alles rupi. Hier kommen Traststetten, aber keine Tanken. Doch da vorne. Das ist so geil im Spiel, dass es so viele Seitenstreifen gibt. Ist echt so. Das ist ganz wichtig. Gleich mal ausnutzen. Ich sehe es schon noch. Nicht zu weit rechts und fahre ich dagegen. Ich halte Abstand. Boah. Ja, das sieht doch mal nice aus. Alter. Ich könnte das an, du wirst richtig. 16. Ach ja, nur zwei Gammel-PC da. Für sieben Jahre hat er gedrückt gehalten. Boah. Und dank am ATS hab ich ihn jetzt. Wollte er nicht haben. Besseres Timing hätte dein Geburtstag nicht haben können. Was soll ich sagen? Nichts. Ich hab einen ATS mit 20 FPS in der Außenansicht. Ja. Das ist natürlich jetzt ganz brutal. Vor allem dann noch nicht mal drauf zu kommen. Ja. Ich muss mal tanken. Ich nicht, aber ich tanken auch. Ich bin zu schnell. Marvin. Auf welcher Seite ist die Tankstelle? Rechts oder links? Links. Was sagen dir nochmal Schilder? Mit wo draufsteht, do not enter oder sowas? Was steht das denn? Ja. 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 Stirb. Aber du hast... Lässt die mich dann noch raus? Ja. Passt du da durch? Ich hoffe. Musst du nur noch hoffen, dass sie sich da rauslässt? Ja. In den Fahr. Hör dir eigentlich an. Hinter dir kommt was. Hinter dir. Oh, das Design von dem ist aber cool. Find ich. Ja, das stimmt. Hübsche Farbabmischung. Hübscher Lack. Wenn ich da jetzt noch rauf fahre, dann blockiere ich die Straße mit dem Anhänger. Du blockierst die jetzt schon. Du kannst schon mal rumfielen. Du musst glaub ich auch tanken, oder? Wie der fährt. Gut so raus, ja. Nee, der beschleunigt durch. Hätt die ganze Zeit vorbeifahren können, oder? Das hätt ich auch nicht mehr freigelassen, weißt du? Das war der Kenndürf, oder? Ich hab wenig drauf für Achter, ich glaub schon. Das sah voll geil aus, irgendwie. Ja, gut. Ich kann ja... Ich kann ja schnell Pause machen. Nee, das ist auch der... Bitte, bitte. Der größere aber, okay. Ja. Lackierung hab ich glaub sogar auch. Weiter geht's. Moment, anfahren. Ich muss eh gleich rechts und dann links hin. Ich muss rechts hin. Ich hab schon nichts abgeben können. Ich bin nicht dumm. Ich muss auch nach rechts hin und dann noch ein Stück weiter. Ja, du musst am weitesten fahren, glaub ich. Ich muss jetzt hier links hin. Oh nee, Nick, du hast es gut. Du hast nur einen kurzen Anhänger und einen guten Motor, weißt du? Ja. Ich hab hier so einen schlechten Motor und so einen riesen langen Teil, weißt du? Ja. Timon, du musst mir nicht per Stream schreiben. Ich muss meine Masse nicht. Langweilig. Nick willst du mir nicht wieder zugucken? Wie scheiße, ich fahr. Ja, ich kann ja meinen Teiler eben einparken und dann zu dir kommen. Ich hab ja noch Zeit. Ich wette, dass... Ich hab ja noch Zeit. Ich komm ja schon... Ich komm ja hier schon nicht rein. Ich komm ja hier schon mal einen Aufnahme. Ich krieg's ja Shadowplay. Nee, da schick ich dir eine Shadowplay-Aufnahme. Ich liebe das, bei der roten Ampel abbiegen zu können. Abbiegen zu können. Okay, hopp, krieg's ja Shadowplay-Aufnahme von mir. Okay, blind hier ein. Ich zähl mal mit, wie oft er jetzt gegen was gefahren ist. Weißt du, okay. Ich hätte wieder seinen Parkplatz ein. Gut, ich hab 4% Schaden eingebracht schon. Anhänger, alles auch. Den hau ich, glaub ich, noch mal dran. Das musst du zwischenblenden, die Shadowplay-Aufnahme von Marvin. Und der Feeding-Header. Oh, zack, eingeparkt. Errungenschaft freigeschaltet, Seadog. Hab ich schon. Okay, er schafft eigentlich schnell eingeparkt. Das müsste kein Problem sein. Wo treffen wir uns? Oh, ich weiß nicht, wo wir uns treffen. Ihr müsst zu mir kommen. Ja, hier ist ein geiler Rastplatz direkt am Meer. Und hier sieht man die Brücke schön. Wisst ihr, wo ich bin? Sag mir einfach, wo ungefähr. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Eine Firma weiter von Marvin. Rechts. Da ist direkt ein Rastplatz in mir. Boah, ein Geschäft ist ja geimpft, was ich je hatte bisher. Nur weil ich mit euch fahr. Ja. Wenn die Anhänge jetzt nicht No-Polition werden, werde Anhänge kaputt. Ja. Ist ein Rauch oder ist es nicht? Genau hier. Hier, hier mal wieder. Ich mache schon mal die Fotostudie an und kann dann zurückgucken, wie ich hier reinfahre. Steht ein Boot, noch ein Schiff. Oh, das wäre eine coole Kamera. Wie soll ich denn hier bitte parken? Ich würde mich hier morgen früh erinnern, dass ich mein Ladekabel mitnehmen muss. Warum muss dein Ladekabel mitnehmen? Das habe ich schon immer vergessen, wo ich zu meinem Großvater gefahren bin. Immer. Ich habe dann immer von irgendjemandem geschwommen. Wie soll ich das denn machen? Da muss ich ja rückwärts hier rein. Ja, 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 scrollen, scrollen, scrollen. Geile Aufnahmen hier. Schön, Dürroth. Wo bist denn da? Alles klar, ich muss hier rückwärts hier raus, um rückwärts rein zu fahren. Super. Ich stehe bei meiner Firma auf dem Rastplatz. Ich sehe es, ich bin bei dir. Ja, warte, warte, warte. Oh mein Gott. Perfekt. Hallo. Meine Kamera ist in dir drin. Ich verfolge dich. Ich guck mal in den Container da rein. Nick, falls du mich suchst, ich muss in deine Straße immer weiter geradeaus. Das könnte noch eine Weile dauern, wie sie hier rauskommt. Nick, das ist einfach mit der Kamera nicht so weit. Das habe ich nicht gesehen, was ist passiert. Nix, alles gut. Was ist gegen den Zaun gefahren? Ich bin denn nicht voll ins Heck gefahren. Arschloch. Weil ich gedacht habe, dass es nur cool ist. Aber man hört es auch noch quietschen wegen den Reifen. Ich bin der Schock. Mach deinen Motor aus, Nick. Vergess es nicht. Könnt ihr zu mir kommen? Könnt ihr mir beim Zap einparken zugucken? Kann ich das von hier machen? Warte. Ist mein Motor jetzt aus? Ähm, kommt dran. Finde ich nicht nett. Foto-Modus. Flieg hier so durch die Gegend. Ui. Ähm. Androbus, wir können da leider nicht zugucken. Wir fliegen mit Kameras rum. Wo ist denn der Lubus? Geh mal mit der Kamera ins Wasser rein. Das ist ganz schön hässlich. An der Stelle, wo wir uns getrennt haben, musste ich aber weiter geradeaus fahren. Boah, die ist ja so langsam, die Kamera. Wenn du auf dem Boden bist, geht dir schnell. Du musst auf dem Boden gehen mit der Kamera. Wenn du auf dem Boden? Ja. Okay, geht wirklich. Ach, dann mach ich hier trotzdem mal ein Foto und dann fahren wir zu Hause. Boah, ist das Wasser hässlich. Ja, wenn du ganz nah dran gehst, ist das ganz schön häss. Boah. Aber die Texturen am Meer sind auch voll hässlich. Alter. Ja, und vor allem, was da hinten einfach so eine Grenze ist, wo es aufhört. Badog Floyd. Screenshot knipsen, erledigt. Komm da fahren wir mal ein, du bist besuchen. Moin, wie komm ich hier raus? Achso. Ich würd sagen, wir bloß fahren. Du bist willkommen. Maus geht schon aus. Ach, ist das schön, Rechtsabbieger zu sein. Ich muss trotzdem kurz so, als darf ich dich nicht bekommen. Mit 110 durch Sanfero, wollte ich schon sagen, San Francisco. Also man sieht, der erfahrene ETS-ATS-Spieler Nick... Marvin. Marvin fährt auf der falschen Seite, Nick auf der richtigen. Ich bin da fahren. Oh, ne rote Ampel. Ich war hier unten noch nie. Immer weiter gerade raus. Und dann kommt irgendwann die Firma? Ja. Ich bin mal wieder am Verrecken. Ich habe es. Ich sehe es, morgen wird es noch schlimmer. Der kam aus UK. Der fühlt sich hier nicht schwul. Hier ist diese Straßenbahn. Erstmal hinfahren. Wahrscheinlich, wenn ihr hier ankommt, habe ich gerade abgegeben. Was ist Anubis? Wahrscheinlich, wenn ihr hier ankommt, habe ich gerade abgegeben. Warum können wir hier zu schnell fahren? Weil hier keine Stadt... Was ist das sonst? Das ist vom Gebäuden her eine Stadt, aber nicht vom Spiel her eine Stadt. Hier kommt jetzt erst. Hier ist rot, Digger. Gut, dass du es gesagt hast, ich bin stehen geblieben. Ich war bei 70 Meilen. Geht schlecht. Uh. Ach, doch. Hat er schon der erste. Kommt gerade keiner. Ich fahre auch drüber, damit ich der Liebes noch zukommen kann. Nee, du musst hier stehen bleiben. Ich stelle mich extra mitten auf die Ampel. Mein Gott, Marvin. Oh, oh mein Gott. Boah. Es war eigentlich jetzt schwer, hier rumzukommen. Nein. Das hab ich nicht. Okay, da hab ich nicht drauf geachtet. Oh Gott, ey. Ach, dann musst du hier am Anfang auch reinparken, wenn du bist. Das schaffst du ja, du bist. Ja, und dann ist mein Flachanhänger. Ich hab hier hinten keinen Platz im Wenden gehabt. Ich muss hier nochmal runter. Vor dem Gelände. Kann ich. Kann ich. Rückwärts reinfahren. Vor allem die Kisten hier an der Ecke, die nerven voll, ne? Wenn man hier einparken will. So, du guckst mir nicht zu, oder? Doch. Oh mein Gott. Ich frag mich, warum ich keine 180.000 zusammen bekomme. So, stellen wir mal hier. Das ist schon ein Foto-Modus. Und dann beenden wir die erste Aufnahme mal kurz, damit ich schon mal einen kleinen Schmäler hochladen kann. Drehst du dich auch mal rum? Ach so. Oder du sollst mir deinen Arsch angucken? Ich hab gedacht, du findest den geiler. Auch geil, ich mach mal eine Kamera in die Überwachungskamera da oben. Seht ihr wie? Welche? Hier oben an der Ecke vom Haus. Okay. Dann bring ich meine Kamera hin. Okay. Ich jetzt seh ich vor allem, du bist LKW von oben. Das ist doof. Ich geh wieder. Hi. Mein Name ist Jeff. Licht anmachen bitte. Wie hübscher aus. Kriegst sogar Fernlicht. Was hättest du gern? Kriegst sogar Fernlicht. Ohne Fernlicht. Ohne Fernlicht. Oder nicht. Kriegst nur Standlicht. Screenshot knipsen. So, das war die erste Aufnahme. Ich weiß nicht wie lange die jetzt ging. Ich glaub zwei Stunden. Nee. Nur eineinhalb. Eineinhalb so. Gut. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wahrscheinlich wenn ihr das hier seht, gibt's schon zehn neue Versionen hiervon. Und die ganzen Trucks und neue Städte und alles. Was weiß ich. Wenn ich dachte ja auch mal. Uploaded. Genau. Ja dann würde ich sagen bis zur nächsten Aufnahme. ATS kommt garantiert nochmal. Und ja auf Wiedersehen. Tschüss. Ohne Ü.